Es ist mir schon klar, dass das in dein hübsches Kerzau-Party hier nicht hineingeht, ja? Aber hier geht es um Big Business, verstehst du? Mir fällt gerade wieder ein, ich bin tot. Ja. Na, ich glaube, ich habe schon ein bisschen einen Schock. Angepisst. Ich. Angepisst. Ich habe so einen Verdacht. Wieso sollte ich angepisst sein? Wird jetzt ein bisschen unangenehm. Alles Bestes. Das Geschäft ist super. Die Tod. Alles sind schön, dann die Rotfücher, aber ich war allwetter eher. Herbert, ich bin die Einzige ohne Leben vor dem Tod. Und ich will das nicht mehr. Okay. Ja, aber jetzt schreib mich dran. Du, sag was besonders. Ja. Was machst du nochmal genau beruflich? Senior Consultant of Human Alternative Advancement Assistant. S-C-A-J-A-S. S-C-H-A-A-S. Wir verstehen uns als eine Art Selbsthilfegruppe für all jene, die nicht damit leben können, dass sie tot sind. So, wegen der Dramaturgie war es natürlich super, wenn es jetzt ein bisschen finster war. Super. Super. Ich schicke dir die debaten Taschen nicht mehr. Tod, der war Tod. Wozu Tod? Wer bin ich? Tod ist mein Beruf, ist mein Schicksal. Spannendsteuerung, ist meine Song. Doch wie Tod ist von der Land. Wer bin ich? Tod ist mein Beruf, ist mein Schicksal. Ist meine Tätik, ist meine Song. Jetzt kann ich mal so, ich bin endlich. Wer bin ich? Da wird frisst. Gut, dass ich das nicht probt habe. Da war ich jetzt noch frisst. Ich bin der Akut, noch fürbautet. Ich bin der Akut, noch fürbautet. Das ist auch viel. Aber ich bin der Akut, noch fürbautet. Ich bin der Akut, noch fürbautet. Ich bin der Akut, noch fürbautet. Aber ich habe das nicht mehr zur Stadt. Vielen Dank.